Gregor, bist du eigentlich eine Leseratte? Ich hab mir irgendwas Geiles gekauft. Aber wie? Kochbücher lese ich gerne. Ich darf's noch nicht verraten. Ich hab mir was Geiles gekauft. Das lag in meiner Buchhandlung des Vertrauens, wie wir Abiturienten sagen. Wir haben ja immer so unsere Buchhandlung. Lag's direkt ganz oben hier, neben dem Kaffee am Arsch der Welt und hier der... Dame mit Scham. Dame mit Scham, ne? Der Biografie von Roland Kaiser. Lag die Start-up-Gang. Ach. Von Carsten Maschmeyer. Ah. Der hat jetzt ein Kinderbuch geschrieben. Hier, das Spannbettlaken von Vox. Hat selber hier ein Kinderbuch geschrieben. Die Start-up-Gang. Das ist natürlich, wenn Sie Kinder haben wollen, die irgendwie so wie Philipp Amthor aus dem Frühstückstisch kommen wollen, mit so einem Aktenkoffer, dann schenken Sie denen das. Und ich bin ein Riesenfan. Hier sind fantastische Sachen drin. Vor allem hinten schon mal die Empfehlung. Werbung für andere Bücher finde ich super. Plötzlich Millionär. Ab zehn Jahren wird das empfohlen. Kein Witz. Oder auch sehr gut. Plötzlich eine Million Follower. Auch ab zehn Jahren. Du, manchmal kommt es über Nacht. Das ist die Zielgruppe. Ist das nicht großartig? Oder hier auch super. Also die Start-up-Gänge, das ist ja so TKKG für Jungliberale. Da sind sie alle drauf. Und die werden vorgestellt in so Steckbriefen. Cornelia. Oder den haben wir da. Karl. Aber auch Mehmet. Wir sind divers. Ah, ja. Mehmet, Steckbrief. Und jetzt pass auf. Mehmet, Traumberuf. Papas Dönerbude übernehmen. Türken halt, ne? Ja, klar. Weißt du ja, wie die sind. Kennst du alle, immer die Böner. Bei den anderen so, das finde ich toll. Zum Beispiel bei Cornelia sind Pferde. Bei Mehmet. Weil sie Mädchen ist, ne? Ja, ja, bei Mehmet Ilkay Gündogan. Und seine Lieblingsfarbe, kein Witz. Lieblingsfarbe, Türkis. Türken. So sind sie halt. Du, da ist der Maschi mal richtig tief reingegangen. Das ist doch Wahnsinn. Ja, Analyse. Ja, total. Also ein grandioses Buch. Oder wie der ARD-Buchexperte Dennis Scheck in seiner Sendung sagen würde. Eine unerträgliche Pöhre. Zusammengepanscht aus Rührseligkeit und den übelsten Klischees über Literatur versehend mit einer möpselnden Dosage Schmalz. Wohl bekommst. Oh, fantastisch. I love it. Ich bin Dennis Scheck Ultra. Ich bin großer Dennis Scheck Fan. Druckfrisch in der ARD unbedingt anschauen, wenn man beim Thema Literatur mitreden will. Da erfährt man nämlich auch, dass ja noch viele weitere Promis aktuell Kinderbücher geschrieben haben. Schauen Sie mal hier. Und nun, aus den unendlichen Weiten des virtuellen Studios aus der heiligen Stadt Köln, die aktuelle Promi-Kinderbuch-Bestsellerliste. Pietro Lombardi, was ist was, was? Der Urheber erklärt dazu, das Buch über den Wort, wo man sagt, wenn man was nicht checkt. Literarisch disruptiv wirft das Nachwuchstalent der deutschen Wortakrobatik wilder mit Phrasen um sich, als kämpft David beim T-Shirt-Design. Redorisch brillant wie sein musikalisches Opus Magnum ist diese Schrift die perfekte Strandlektüre fürs Münz-Mallorca. Ich hab's nicht gelesen, aber geiler Scheiß-Digger, so Striemer Montana Black. Und tatsächlich hat Lombardi bereits eine Fortsetzung angekündigt. Wer ist wer, wen, ich bin hooked. Jizzis, fünf Freunde gründen 187. Ein warmer Sommertag in Hamburg. Fünf Jungs beschließen, eine Bande zu gründen, sehr viel Rauschgift zu nehmen und mit Waffen zu spielen. Drehpaar Runden durch die Stadt, sie hört, der Motor ist frisiert. Komm sofort mit zu mir, fick ihr das Botox aus dem Hirn. Machen Sie es wie Jizzis am Schwanenteich, schlagen Sie zu. Til Schweiger, die drei Ausrufezeichen und meine besten Facebook-Postings. Das literarische Oeuvre des Hamburger Nick-Chiller-Dubels destilliert sich nirgendwo so plakativ wie in den Archiven des digitalen Wutbürgeramts für Schäferhundbesitzer. Ob Corona-Maßnahmen, Journalisten oder Kritiker, quälen Sie sich nochmal, wenn der menschgewordene Kaschmir-Pullover seine grau-begunder-geschwängerten Statements vom Weißweinglas in die Timeline haucht. Barefoot Reading. Natascha Ochsenknecht, fantastische Vornamen und wo sie zu finden sind. Die Erfolgsautorin von Meisterwerken wie Jimmy Blue und Cheyenne Savanna teilt ihr Talent nun endlich mit der Öffentlichkeit. Ochsenknecht gibt Tipps und Anregungen für exquisite Namenskombinationen, bei denen selbst Berliner Juppie-Eltern die Erbsenmilch aus dem Flat White diffundiert. So entstehen revolutionäre Neuschöpfungen wie Andalusio-Appenzeller oder Monstera-Bresso. Gerhard Schröder, lupenreine Demokraten, das Ausmalbuch. Mit alt-bundesrepublikanischer Grandetzer und vier Litern frisch destillierten Merlot im Vorderhirn bringt der abgenutzte Sozialdemokrat die Grundpfeiler seiner Karriere aufs extra dicke Papier. Bewaffnet mit Bunt- und Wachsmalstift können die Kleinen hier Farbe in das graue Leben von gerzpolitischen Freunden krakeln. Geschmacklos. Drei von zehn Currywürsten. Ich wusste gar nicht, dass du nicht viel liest. Doch. Ich lese so viel auch. Es gibt ja noch andere Kinderbücher. Zum Beispiel von, was auch noch geschrieben wird, wohl gerade noch nicht fertig, von Olli Pocher. Vom kleinen Olli, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gehauen hat. Das gibt es auch noch. Das gibt es dann bald in ihrer Buchhandlung des Vertrauens. Hey, ich bin Tommi und mit diesem simplen Trick kannst du innerhalb von zehn Minuten 100.000 Euro verdienen. So gehen doch YouTube-Clips los, oder? Naja, wenn du noch mehr von Studio Schmidt sehen willst, klicke hier, hier, hier oder hier. Oder komm drüber zu den Erwachsenen in die ZDF-Mediathek. Da findest du auch nochmal die komplette Sendung. Versprochen, ich glaube an dich.